Ja Leute, heute im Test das Explosive Car Von Pyroland, ihr seht Ein ganzes Auto Spielzeugauto Voller Feuerwerk, voller kubischer Kanonschläge, verschiedene Effekte Dabei und ja Das werden wir jetzt testen, das komplette Auto Das ist richtig, richtig nice gemacht Das erinnert mich immer an meine Kindheit Beim Arzt stand immer so eine Packung mit Süßigkeiten Genau mit so einem Schraubverschluss, genau so sieht das aus Also richtig, richtig geil Auch Kindheitserinnerungen werden wach Und ja, jetzt viel Spaß Bei dem Test Geht's schon los? Ja, es geht schon los Das ist das schon los Ja, er wird sich Dotschausschel Musik 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 Stacy Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt noch ein kleines Fazit zu diesem Video, ihr seht, das komplette Auto ist leer, wir haben die ganzen Kubis verböllert, also es ist wirklich eine witzige Sache, ich glaube 3-4 verschiedene Effekte sind dabei und ja, es ist wirklich ein toller und spaßiger Artikel. Bis zum nächsten Mal.